Schaut sich voll aus wie das Blavage-Project-Haus oder so. Sie kannten jeden geheimen Weg und hatten Blut an ihren Händen. Sie hatten die Schatten schon mal bekämpft. Also haben die damals die Schatten auch bekämpft. Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Das war meine Chance, die Farm zu erreichen. So, Taken erfüllt was Darkness. Oh Gott! Das ist ja ein Penner. Ich hab gestern auf die Falte geschaut. Denk mal, hä? Warum wird die Falte so langsam dargestellt? Ähm, da lang? Oh ja. Immer diese Glitzer fallen. Ich meine, so fängst du doch nie was. Stell dir vor, wo er kann... Und nee, Olympics immer noch Reachings-innen zu Sport sein. Ich immer wieder los. Aber da ist es gut. Zeit, Versuch zu be... Ah, shit. Alter. Ich hatte erst genug, solche Spackos in Resident Evil 4. Alter, da brauch ich nicht noch mehr so penner. Alter. 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 Ich glaub denen geht's gut. Die werden ihn nicht vermissen, die sitzen in der Klapse, aber mein Kumpel Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm, das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film, wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Hm, ich glaub er ist Totschirm. Boah. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin, wie jeder andere Akteur, an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Und tschüss, Billy! Nee, wie hat er heißen? Danny? Lassen Sie mich raten. Danny, äh? Die Vordertür war verschlossen. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Ich brauche jetzt einen guten Schiss, Alter, um mal hinzukommen. Malte, er steckt einen nicht so. Auf jeden Fall ist hier was versteckt. Was ist da auf Wälder eigentlich hier, so wie sie das gerade angehört hat? Na dann, let's drive in. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt habe. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen. Aber Barry war Barry. meine Freunde, ich kann mich trademarken... Dieser ist hier Nazi, weil ich mich nicht wusste. Ich bin sehr, das Lust, aber ich bin ziemlich verdammt. Sogar was von mir warst, haben wir einen neuen Glück? ja ich sammle jetzt wieder alles ein oder mit der schmack am ende wieder alles verliert warum es atmet schon wieder irgendwas schwer ich würde ja immer gern alles erkunden aber meistens ist da wahrscheinlich nichts immer das ist doch schon cool aus die fahrsteuerung ist der letzte rotz alter oh mein gott barry ist in gefahr gehen wir erst mal looten oh ein jagdgewehr also wie ihr alle wohl bemerkt hat ist der sturm dessen vorboten wir alle gespürt haben endlich da jungs vom wetterdienst sagen dass er bis morgen früh toben wird vielleicht noch länger lasst nicht diesbezüglich nochmals die vermissten anzeige vorlesen die polizei sucht immer noch nach einer frau 30 jahre schlank blond mit blauen augen sie hat sich vielleicht im wald verheirrt und ist womöglich bei einem autounfall verletzt worden wenn ihr sie seht schafft sie mit ins trockene und ruft den sheriff bei diesem wetter sollte man nicht draußen sein also wenn ihr jemanden seht der ein wenig verwirrt aussieht seid ihr behilflich ok hier spricht pat main auf kbffm in der hoffnung dass ihr heute abend alle im warmen zeit wenigstens bleibt der ge... nette alte mann warte warte warte... na scheiße also das wäre doch bestimmt mal geil also ich habe schon ein video auf youtube gesehen alter der wo sowas der 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 geht scheinbar gern diese wachtürme das sind ja diese feuer wachtürme waren das ja früher wo dann wirklich leute teilen... ähm... hi leute so als jobs halt in diesen wachtürmen gewohnt haben da gibt es glaube ich noch einen gibt es auch scheiße ist das große alles wäre schon irgendwie geil der weg dahin ist natürlich echt so schwer wahrscheinlich das video nicht ganz zu ende geschaut aber wir verwechseln autos wie... wie aufkleber ich finde ich hätte auch die scheiß autos nehmen können ne wehehe mondja what the fuck alter... was ist denn selbst passiert nicht mehr umgestaltung Also driften kannst du mit den Autos allen gut ey Schade dass es dir irgendwie Verabdespunkte geben oder so'n Scheiß Fuck War klar Hä lebt der Pisser immer noch Dennerlicher Penner ey Wollen wir alles hinten aus dem Koffer oder? Ne kann man nicht aufmachen Was ist denn der Splinkgranaten? Cool Hat sich denn Luft aufgelöstet? Ah ok ich muss da hin aber war da Möster vorn irgendwas? Ne Haben die es nicht am Ende eigentlich um die Farbe ge- ah Haben die Farbe irgendwie gekürt oder haben die dann bloß Halligall die Drecks haben Hä? Was für die Tochter? Ich hab da der Scheiß Tochter nicht Da kannst du deine Tochter sonst wohin stecken Also wohnst du hier nicht mal als Mord? Hör ich Musik? Warum ist da was rotes? Ey sind das Raketen? Da sind überall Raketen Ich wusste dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren aber so richtig kapierte ich das erst als ich die Bühne sah Ich bin so froh dass du einen Alleingang hin gelegt hast Mr. Bronson Ich bin so froh dass du einen Alleingang hin gelegt hast Mr. Bronson Nein ich hab den Typen mal angeschossen Nein ich hab den Typen mal angeschossen Ich hab den Typen mal angeschossen Ja das hätten wir Bum 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 Verationen sie zu ihnen Nein es hat gar nicht Du kannst die Spannung herbeckern Fast zu Group Du kannst die Spannung herbekenntnis Ah, scheiße, ich hab das Falsche ausgesucht. Ach komm, Alter, weil er halt immer den Scheißdreck ausrüstet, den er hat, den er grad aufnimmt, ey, was ist denn das für ein Schwachsinn-System? Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt ihn knapp und schieß! Lass dich doch nicht immer erst herlaufen! Und jetzt! Stop, Béin! Gehen! Gehen! Halt sie durch, ey, ich bring sie zum Laufen! Oh, sprache! Ja, El, bleib im Licht! 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 Alter, diese Scheiß-Typen, die wohl ständig werfen! Komm, wir treffen mal doch ständig! Ja, El, bleib im Licht! 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 Ja, El. Ja, El. Ja, El. Ja, El, Ja! Ja, El. Schau mal, der lebt ja noch. Ob das so sein sollte? Schau mal. Eine Farm kaufen und sich am Arsch lecken lassen, das wäre auch mal cool. Aber Dauerhaft ist glaube ich auch nichts für mich. Eine Aufstelle von uns? Siehst du, kein Grund zu sagen. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar, darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Hauptzeit der Starschnitt ist noch da. Die Dinger kosten teilweise noch auf Geld, ne? Äh, ich glaube Alan Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmalle ich den ganzen Tag lang. Ich bin ernsthaft und launisch. Es macht mich anziehend und geheimnisvoll. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Show-Einlage. Ach. Willst du meine Barry-Wheeler-Invitation sehen? Nein? Na klar. Hm. Wow. Sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Sieh dir das ganze Zeug an. Die waren gut im Geschäft. Warum habe ich noch nie von diesen Kerlen gehört? Und das von dir, der Ossi Osborne nur aus Reality-Shows kennt. Ich muss zugeben, ich habe den auch als erstes Mal einfach noch Kurt wieder eine Reality-Show gehabt. Obwohl, ne. Ich glaube, ich habe vorher schon mal vor ihm Kurt gehabt. Aber so richtig hat man halt da erst sehen. Hä, warte. Was war da? Da. Hä? Achso, Nightfall. Na da, die Anderson-Brüder in 70ern. Das ist 1976 und auf der Anderson-Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbst gebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück. Das Visier ist auch ausgelöst. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus. Fast wie ein Rambock. Der Zorn der Götter. Der Zorn der Götter. Alter Barry lauft doch nicht einfach vor. Okay Barry lauft. So ist es! Der Zorn der Götter. In den Jungen der Zorn der Götter. Der Zorn der Götter. Wie die Töne sehen muss. Der Somit hat jede Mischung der Götter.- Besegnen suitable für die Erneimung. Die Töne sehen darum, dass ein Ratschocker von der Götter. Der Zorn der Götter zu sehen. Ich bin zum Beispiel Energie angezündig. Ach komm ey, der war doch direkt hinter mir, der hätte doch das Licht auch erwischen müssen. Also man verstehe ich das. Untertitelung des ZDF, 2020